Das ist auch schon drauf, ja? I love it! Alter! Ich hab noch nie gesagt, ich hab jetzt talentlose Stuhlscheiße gesehen. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Üben, mich zu schminken wie eine Bio-Drag Queen. Das wird dann für mein Debüt. Für das Debüt, was, wie wir gerade schon geplant haben, demnächst stattfinden wird. Wir können direkt nochmal anfangen, weil ich das Mikrofon nicht angestellt habe. Hi, ich bin Daniel und heute bin nicht ich inkompetent. Ja! Wir haben heute eine geheime Botschaft im Hintergrund versteckt. Ich versuch das auch immer, aber... Du musst scheiße gucken, damit es gut klingt, das ist wirklich so. Was? Okay, noch einmal herzlich willkommen, Queens and Kings da draußen. Heute zu einem Style and Talk. Ich habe hier neben mir sitzen Ludi. Hi! Und du wirst mir heute ganz viel beibringen, denn... Heute? Achso, Verzeihung. Was? Heute ist nämlich quasi die Challenge, ein bisschen extremer anzugehen, was die Front-Make-up angeht. Wa-wa-wa-wo. Ich mach das so wie du heute. Ich mach das so wie ich. Also heute mal meine Routine. Uh! Wait, sorry! Uh! Bist du denn prinzipiell jemand, der so gerne tea spilt und so was? Ehrlich gesagt nicht. Ich bin so ein Mensch, ich schaue mir lieber an, was so passiert und bin eher der, der versucht, den Stress zu vermeiden und Streit zu schlichten. Oh! Du, du hast mir gesagt, ich soll die Augen... Okay, ich mach einfach wie du es mir erklärt hast. Mhm. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Mhm. Guck mal, das ging bei dir ganz schnell. Du bist nicht einmal daneben irgendwie... Nee. Ich beneide dich richtig. Bei mir ist immer so... Ach, keine Ahnung. So... Die Nordschleife ist bei mir dann irgendwie auf den Augen. Die Nordschleife. Guck mal, das ist halt wirklich so... Ich würde mich niemals, niemals als Beauty-Guru sehen. Niemals. Sagen Sie mit fünf Chanel-Spitzern. Hehehe. Die sind alle weg. Die sind irgendwie alle geklaut. Jetzt hat mir wieder tea. Girls, ich weiß ganz genau, dass ihr die genommen habt. Jeder einzelne von euch hat sie sich irgendwann mal gesnatched. Snatched, honey. Du musst die... Nein, gerade nach außen war meine Idea, honey. Aber... So bis hier gerade quasi. Dass du gerade, gerade gehst. Okay. Okay, aber dann hat die doch so einen Schwenker. Ja, aber dann kannst du dir so einen Schwenker reinbauen. Dann ist das ein Stilmittel. Okay. Kennst du Zachary Vang? No. No. Er hat in seiner Augenbraue immer so einen Schwenker nach außen. Okay. Damit die quasi automatisch hochzieht. Okay, dann ist das also gewollt. Ja, es ist gewollt. Okay, ich habe das Gefühl, wir machen nicht mal malen nach Zahlen. Ich habe eine Grobmotorikerin neben mir sitzen. Gut. Okay, ich schwöre dir, das wird nichts mehr. Doch, was geht da? Warum lachst du? Ich finde es nicht so schlimm. Ähm... Warte, ich zitiere jetzt, ich zitiere jetzt Eddie. It's the bigger picture. Eddie ist eine poetische Drag. Und ich muss dir sagen, ich bin eigentlich gar nicht so schlecht im Schminken. Wenn du Make-up technisch was auf den Markt bringen wollen würdest. Was für ein Produkt wäre das allererste, woran du jetzt gerade denkst? Highlighter. Highlighter? Mhm. Was wäre der Unterschied zwischen deinem Highlighter und dem von jemand anderem? Ich finde die Texturen ganz geil von denen, die ich habe. Mhm. Der Go-To-Highlighter ist halt einfach der von Naked Tutorials & Ofra. Mhm. Weil ich einfach das Endergebnis und das Bild von diesem Highlighter ist einfach richtig schön, wenn man den aufträgt. Das ist nicht crusty, es wird nicht cakey. Okay. Aber es ist halt ein krasser Highlighter. Und für Leute, die halt einen Natural-Look haben wollen, ist das halt, meines Erachtens nach, kann man den natürlich auch dünner auftragen. Aber es ist jetzt nicht mein Natural-Highlighter. Da habe ich jetzt andere, die ich eher empfehlen würde. So aus meiner Sicht. Aber was halt viele auch einfach nicht raffen, ist, dass jeder mit jedem Make-Up-Produkt ganz anders umgehen kann. Oh ja. Okay, I'm kind of happy with my eyebrows. You look gorgeous. 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 Weißt du noch damals? Weißt du noch damals? Da gab es die Faxgeräte, wenn die mit dem Internet verbunden waren. Oh, und dann konntest du... Ich krieg das immer nur aus Versehen hin. So, bist du soweit zufrieden mit deinen Augenbrauen? Es gibt kein Zurück mehr, ja. Also, ja. Wir gehen jetzt mit einem weißen Concealer unter die Augenbraue. Oh, der ist wirklich weiß. Das ist weiß. Ja, und der soll auch weiß sein. Und das kommt jetzt quasi so als Highlight unter die Augenbraue schon mal direkt. Okay. Boah, wo kommen einfach mal die ganzen Pickel her? Ich schwöre, ne? Ich schwöre so, ne? Jetzt, wo ich vor der Kamera bin, sehe ich aus wie so... Oh, jetzt sehe ich schon richtig gut aus in der Kamera. Was würde denn zu mir passen? Ich habe noch nicht meinen Namen. Was ist mit... Sandra Banana! Trash! Ich würde es halt gerne kommen lassen. That's what she said, honey. That's what she said. Also, du würdest eher lieber den Namen auf dich zukommen lassen? Ja. Okay. Danach gehen wir nämlich drauf und gehen jetzt mit meinem normalen Concealer nochmal aus Auge und machen wir uns quasi einen Eyeshadow Primer. Okay. Mit Concealer. Ich bin an meinen Augenbrauen. 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 Da. Ja, mal mit dem Stift drüber. Heute nicht direkt. Meinst du auch, das würde mir nicht passieren? Ich habe mir gerade die hier noch einen Meter weitergezogen, weil die andere zu kurz war. Okay. Irgendwann wirst du sie kennen. Ich führe dich ja jetzt in die Welt des Drag ein. Ah, ja. Ah, ja. Ich habe die Größe der Augen gerade gehört. Das ist gut. Das ist mir jetzt gerade... Du hast die Größe der Augen gerade? Ja, weil du so ja gemacht hast, aber ich habe die Größe der Augen gerade nur gehört. Ich habe sie nicht gesehen. Dann bin ich quasi deine Drag-Mom. Ich habe die Drag noch drauf. Wow, ich haue ja. Das ist so emotional. Kannst du mich bitte über deine Ausgadankesrede erwähnen? Ja. Bei dir sieht das richtig schön cremig aus und bei mir so... Ja, aber das ist so... Wie viel soll ich denn noch drauf tun? Nicht schmieren. Tupfen. Ja. Du schmierst. Mensch, hab wieder meine Augen drauf. Wieso ist eigentlich... Das ist die Übung, die noch nicht da ist. Ich benutze den Sleek Make-Up-Live-Group von Zena. Ich habe den hier. Oh, guck mal. Den Pro Longwear. Da. Reicht dann. Ich höre so Menschen, die so sechsmal pumpen und dann nur einen davon raken. Ich habe mich mal einmal gepumpt. Sorry, ja? Die Mami guckt dir dann nur über die Schulter. Warte, ich halte mir jetzt den Spiegel noch so hin, dann kann ich dir nämlich zugucken, wenn du schmierst. Okay. Bin jetzt die NSA. Hä, äh. Was? 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 Du verunsichest nicht. Ach Quatsch, nein. Sei nicht so spießig. Ich bin nicht spießig. Ja, ich bin... Ich bin verunsich. Ja, und jetzt kommt dieser Boom-Boom-Boom-Effekt mit... Ich habe nur ein bisschen Draht und es leuchtet mir schon komplett entgegen. Wow. Und jetzt verstehst du, warum das weiß soll, ja? Ja. Wow. Wow. Und jetzt verstehst du, warum das weiß soll, ja? Und richtig snatched. Ich weiß nicht, wie es in der Kamera aussieht, aber hier sieht richtig, richtig gut aus. Also übrigens, wenn ihr auch Hate unter dieses Video schreiben wollt, geht lieber auf meinen Instagram-Account und schreibt es unter meine Bilder. Because she's not the faggot, right? Hä? Hä? Was darf ich denn? Ich will doch eine Hater. Ne. Ich wollte gerade sagen, ne, wenn meine Hater nicht denkt. Die hat sich die Haare gearbeitet. Wow. Ich will doch auch was vom Kuchen haben. Ich teile gerne. Sorry, I just feel funny. Scheiße. Ja, aber das wird, das wird, das wird, das wird. Du hast den richtigen Ansatz. Oh, du hast es gerade gehört, das war richtig nett. Hm? 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 Ich hab die Highlighter. Nein, 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 du benutzt meinen Highlighter. Die. Dagi is shaking, Allah. Ist das Dagi's? Shaking, honey, shaking. Oh mein Gott. Oh, Dagi, bitte hasse mich nicht. Wir können es nicht tippen, weil sonst ist es leer. Ist irgendwie so. Immer so, oh, bam, honey, bam. Das ist nur die Grundform. Ich bin auch leider nicht fertig. Ja, aber alleine wie du es schon verblendest. Also was ich immer einfacher finde, ist mit einer Transition Shade anzufangen. Okay, Übersetzung für die Leute, die nicht wissen, was es ist und für mich. Transition Shades ist quasi die Übergangsfarbe, in die man reinblenden kann. Ah, okay. Ich mach jetzt erst das Hellste und dann setz ich mir das Dunkle hier in den Augenaußenwinkel. Ja. Und zieh mir das so Stück für Stück innen rein und verblende das dann mit dem mittleren Ton. So finde ich es am einfachsten. Also setzt du hier an und blendest das erstmal hier rein und so ein bisschen raus. Did you get that? I think. Okay. I had a dream. A song to sing. But I'm a loser. I suck. Was du ja machen willst, ist eine Runde. Hast du schon mal einen Ball gemalt im Kunstunterricht? Damals. What the fuck? Es ist ein scheiß Kreis. Ein Ball. Ja, wenn du einen Ball malst. Ja? Ja. Aber dreidimensional mit Schattierung. Ist eine Seite dunkel und die andere hell. Und dann wirst du ja von dunkler immer heller bis zum weiß. Ja. Dass das dreidimensional aussieht. Genau das machst du mit deinem Auge. Du hast einen dunklen Punkt und einen hellen Punkt. Du erzeugst quasi eine Rundung. Genau. Das tust du. Bist du rechts oder links, Hannah? Rechts. Welches Auge fällt dir leichter zu schminken? Beide gleich schwer. Okay. Und wie weit darf das gehen? Nur dieses V? Dass das hier ist und du willst jetzt quasi hier dein Nasenbein anschließen. Okay. Ja, nicht ganz so hoch eigentlich. Aber ja, es kommt hin. Wenn wir jetzt das Helle gemacht, dann musst du das dunklere ein bisschen tiefer ansetzen. No. No. It's not working. Und das hast du gerade eben bei der Augen auch gesagt. Und eigentlich ist das Ergebnis ganz gut. Doch gut? Ja. Ja. Aber, um das, also ich persönlich, würde jetzt mit dem Concealer bis hier vorne an das Nasenbein gehen, dass du dir quasi hier die Kante lang ziehst. Ach so, noch höher? Ja, damit du so richtig diesen snatched eye hast. Guck mal, wie das für gerade mal so gezogen ist. Die Linie richtig präzise. Nice. Nice blending work. Mhm. Popular. You're gonna be popular. Ooh. I love it. Oh, das ist aber sehr dezent. Was heißt mehr? Noch dicker? Wenn du es aber entspannen lässt, sind sie fast gleich. Wenn ich dann nochmal drüber gehe, dann mache ich was kaputt. Ja, lass es einfach. I'm feeling her. Not to show about that anymore. Wobei, kommt drauf an, wenn wir fertig sind. Ich habe meine Augen gerade mal fertig. Hey. Was möchtest du von mir? Was tust du? Oh, boo. What did you do? Look at this. What the fuck happened? It looks like your eyeshadow. Genau. Aber du bist gar nicht gegen den Schrank gerannt gerade eben. Oder? Ah, ich habe doch gestern diesen TikTok gedreht. Und da bin ich gegen die Wand gelaufen. Oh mein Gott. Oh, bitte. Und das ist jetzt wirklich eine harte Bitte. Wenn du jetzt gleich anfängst, in die Nähe deines Eilanders zu kommen, lass bitte Platz. Und geh da lieber mit dem Fingerchen oder mit einem Pinselchen drüber. Ich meine, ich, wenn ich das jetzt gleich verkackt, ist das die eine Sache. Aber wenn... Slightly grobmotorisch jetzt gleich... Ich als Regina feiere das überhaupt nicht, so viel Make-up gerade drauf zu haben. Also nicht die Augen, sondern hier mit dem Make-up und dann Dings. Ja. Und alles. Aber so meine inner Glimmer-Zone ist gerade mega abfeiern. Weil irgendwie fühlt sich das auch schon geil an, wenn das alles... Ja, aber ich muss sagen, ich finde das ist schon masky. Also es geht noch. Ja, aber das ist auch wegen meiner Haut. Meine Haut ist heute echt... So dry. Total. Die ist heute echt anstrengend. Aber das wissen aber auch, glaube ich, meine Zuschauer. Ich bin... Ich sage immer, mein Gesicht, also meine Haut im Gesicht ist aber eine Bitch. Die ist eine richtige, richtige Bitch. Gibt es wirklich eine Dragnose? Ja. Das ist so ein richtiges Dreieck quasi. Ich mache das jetzt... Siehst du das nicht? Also es ist hier vorne nicht ganz so spitz, wie ich dachte. Aber dass das quasi dreieckig aufeinander zuläuft. Und dann einen weißen Punkt vorne quasi auf der Nase-Spitze. Deswegen sette ich die auch so hell. Also du bist vorher hier so mit dem Helm... Mit dem Banana-Powder habe ich drunter gesettet, ja. Hm? Nicht... Nicht ziehen. Drücken. Okay, okay. Stück für Stück. Nie ziehen. Du hast es nämlich da noch gar nicht gesettet. Willkommen bei den Basics. Richtig snatchen. Ich finde nämlich eigentlich da, wo es gerade aufhört, schön. Und dann kannst du es kreisförmig hochziehen. Okay. Hi! Warte, pass auf. Ich mach das mal nach. Kreisförmig hochziehen. Ich hab Kreise gemacht. Du hast falsch gedacht. Ich hab Kreise gemacht. Ja, 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 ja. Ja! Puh! Okay, hi, Kamera. Nice. Oh, oh. Ich weiß nicht. Nein, das ist nicht ganz so gerollt. Guck mal, ich gehe hier so bis an den äußeren Augenwinkel. Move, bitch. Get out the way. Get out the way, bitch. Get out the way. Woop. Sabe, Regina. Ahhhh. 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 Mata amata inter marata. Sanktus, Sanktus Dominus. Betro de speeche arest du speeche. Sanktus, Sanktus Dominus. Ahhhh. 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 Rote Lippen war, glaube ich, das Schlimmste, was ich mir aussuchen kann. True, eigentlich, ja. Guck mal, ich bin so richtig auffälliger. Geh mir ein bisschen nuder. Du so, oh, Balls in Dieb. Oh mein Gott, ich sehe aus wie Krusty. Das klingt wie passungslos. Das glaube ich nicht, Tim. Tim? Kennst du das nicht? Das glaube ich nicht, Tim. Aus welchem Jahrzehnt kommt das? Hey! Wenn es Zuschauer unter euch gibt, die ganz genau wissen, wo dieser Satz, das glaube ich nicht, Tim, herkommt, schreibt es in die Kommentare. Also ich weiß auf jeden Fall, welche Farbe ich für mein Debüt definitiv nicht für die Augen benutzen werde. Der Teil ist doch gut, die Lippen passen nicht. Ja, aber ich will rote, geile, fette Lippen, Mom. Du siehst classy aus mit deinen Farben. Das passt so gut zusammen mit dem Grün und den Lippen. Und zum Hemd. Genau. Und bei mir ist das gerade, okay, passt auf. Für den Zweck für dieses Video, werde ich mich kurz nochmal in Schale werfen. So, I'm not in costume. I am the European. Hooker of the year. Listen how I talk. Don't look at my looks. Look at my voice. My accent. Any Polish girl. Regina has left the building. And Ludi has arrived. Chin, chin. Chin, chin. Das ist sie noch nicht. Sie war auf halbem Wege. Deswegen ist es auch okay, dass wir noch keinen Drag-Namen haben. Ja. Aber das ist sie noch nicht. Aber das ist schon mal der erste Step. Ja. Ja, weil auf dem halben Wege habe ich sie richtig rufen hören. Und dann irgendwann auf dem Weg habe ich sie wieder verloren. Oh, tell me about it. Yo. Yo. Aber wenn ich das so auf dem Bildschirm betrachte, könntest du neben Carolin Kebekus und Martina Hill in dieser Assi-Schecke mitmachen? Ja. Ja, jetzt eine gute Frage. Wie hat es euch gefallen? Ist es so disturbing für euch? Ist es so, wo ihr denkt so, oh, fuck. Und wir reden über sie, nicht über mich. Schreibt mal in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Ob ihr sie auch gesehen habt. Meine innere Drag-Queen. Wie gesagt, auf dem halben Wege ist sie verloren. Das ist jetzt nicht geworden. Aber ich habe mich das erst mal ausprobiert in Drag-Make-up. Ja, was war das? Es hat sich so groß gemacht. Ja, echt? Also, sei ehrlich. Ja, es ist not too bad. Nächstes Mal haben wir dann noch ein Britschstift. Und dann kommt die App und dann kriegst du so richtig... Oh ja. Ja. Habt ihr noch Fragen? Schreibt es in die Kommentare. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und so welche verrückten Aktionen wie... Du hast... Drück auf die Glocke. Drück auf die Glocke. Drück auf die Glocke. Zu abonnieren natürlich. Und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Rest. Tag bleibt positiv und munter. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Bye. I feel those lips though. Mhm, yummy.